Heute sprechen wir darüber, wie du nach den Ferien wieder richtig gut in das neue Schuljahr startest. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Trauerabitur. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich diesen Satz schon gesagt habe, aber es macht jedes Mal mehr Spaß. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr diese Worte am Anfang auch immer mitsprecht. Habe ich nämlich schon ein paar Mal einen Kommentar bekommen und ich fand irgendwie die Vorstellung lustig, dass einfach ein paar hundert, ein paar tausend Leute alle einfach vor den Videos da sitzen, einfach sagen, genau das, was ich sage, ja irgendwie, saubitzig. Vielleicht sind es auch nur ein paar Dutzend, je nachdem. Genau, heute geht es darum, wie du in die Schule richtig wieder rein startest. Und das Allerwichtigste dafür erstmal ist, meiner Meinung nach, sich Ziele zu setzen. Das ist diese Standardsache, die man hunderttausend Mal gehört hat, aber ich muss wirklich sagen, ich glaube, es hilft sehr, sehr stark, sich Ziele zu setzen, weil, und das an der Punkt, und das passiert übrigens bei all den Sachen, die man oft hört. Ja, das heißt, egal ob es jetzt Meditation ist, weil ich das sehr oft sage, ob das Ziel setzen ist, ob das vielleicht auch andere Sachen, wo man manchmal das Gefühl hat, das sage ich mehrfach in verschiedenen Videos. Das wiederholt sich deswegen, weil es sehr wichtig ist. Und gerade bei so Dingen, die man einfach schon oft gehört hat, ist man irgendwann so, ja, komm, juckt mich nicht mehr. Aber die Dinge werden deswegen oft gesagt, weil sie wichtig sind. Und eine Sache, die bei der ganzen Zielsetzung sehr oft vergessen wird, ist, warum setzt man sich eigentlich Ziele? Ziele setzt du ja nicht, weil du irgendwann vergessen hast, was du wolltest oder sonst irgendwas, sondern Ziele halten in dem Moment, wo du am distanziertesten von der ganzen Situation bist, das fest, was für dich am meisten Sinn ergibt. Okay, ihr kennt das bestimmt, wenn ihr nämlich dann zum Beispiel in die, ihr schaut ins Schuljahr rein und dann geht es mit den ersten Tests, Klausuren und du bekommst die ersten Noten und so weiter und dann kriegst du eine schlechte Note. Dann sind wir sehr schnell, je nach Persönlichkeitstyp, sehr schnell dabei, vielleicht auch mal zu sagen, ach komm, scheiß drauf, lass dich ja gleich bleiben. Aber dieses Ziel erinnert dich daran, was für dich realistisch war. Und das ist auch der wichtige Zusatzpunkt, den ich dazu sagen möchte, setzt euch realistische Ziele. Ich hoffe, das Video zu den realistischen Erwartungen ist schon raus, ansonsten wird das kommen, was Sinn macht, sich an Noten zu setzen, aber gerne mal auf dem Kanal suchen, ist bestimmt jetzt schon hochgeladen worden. Weil das ist ja sehr, sehr wichtig, dass du dir realistische, aber trotzdem ambitionierte Ziele setzt, die dich dann motivieren, die dich nicht überfordern oder in den Druck setzen und die auch nicht zu einfach zu erreichen sind, sondern dass ich gerade so ein bisschen stretchen muss und sie eben dafür sorgen, dass du dich wirklich verbesserst. Dann der zweite Punkt, der meiner Meinung nach extrem entscheidend ist, wo ich mir wünschen würde, dass ich mir in meiner Schulzeit dieses Video angeschaut hätte und ich mir selbst es damals erzählt hätte. Und zwar, hab eine möglichst einfache und klare Organisation. Das ist ja immer wieder die große Debatte, soll ich einen Ort annehmen, soll ich einen Schnellhefter, was auch immer nehmen. Das ist nicht der Punkt. Du wirst nicht besser notentscheiden, weil du jetzt einen Ort hast oder weil du jetzt einen anderen hast. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass du für dich ein klares System hast. Und es muss für dich funktionieren. Ich zum Beispiel hab, ehrlich gesagt, ich zeige euch, oh, das Video wollte ich mal noch drehen. Ich zeige euch mein Federmäppchen, das ist mir auch witzig. Ich hab zum Beispiel wirklich, das stimmt mir nicht, aber quasi einfach nur mit einem Kugelschrauber, das ist kein Kugelschrauber, ich weiß. Aber ich bin einfach nur mit einem Kugelschrauber in die Schule gelaufen. Und einen Block. So, das ist jetzt nicht vorbildlich. Ich war aber auch kein vorbildlicher Schüler. Und vor allem kein normaler Schüler. Zumindest dann in der Oberstufe nicht mehr. Ähm, aber es ist super wichtig, dass du einfach genau weißt, was du machst, wie es funktioniert. Wenn du einen Ordner hast, dann führe diesen Ordner ordentlich. Ja, führe den Ordner ordentlich. Wenn du einen Block hast, dann führe den ordentlich. Egal wie du es machst, mach es immer auf die gleiche Art und Weise, wie es funktioniert. Und lass dir dann auch nicht mitten im Schuljahr einreden, also ich habe das so und so gehandhabt und es war viel, viel besser und dann schmeißt du alles wieder um. Sei dir am Anfang klar, auch mit deinen Stiften im Federmäppchen. Hab nicht, jetzt geht es an die Mädchen, ich weiß, dass euch diese Farben motivieren und was auch immer, aber wenn ihr gute Noten haben wollt, ihr könnt auch gute Noten schreiben mit den ganzen Farben, das ist nicht das Thema. Aber wenn ihr möglichst einfach, ja, ist vielleicht ein bisschen männlicher, das denkt, das tut mir leid, aber wenn ihr möglichst einfach gute Noten haben möchtet, dann haltet es einfach simpel, ja, nehmt drei, vier Farben mit, nehmt einen Kugelschreiber mit, ähm, Bleistift, Radiergummi, Spitzer, fertig. Und da gibt es bestimmt noch ein paar, ein, zwei andere Sachen, die vielleicht Sinn ergeben, aber überladet es nicht, ja, ihr müsst es euch in eurem Gehirn auch mal so vorstellen, jede weitere variable Komponente, die ihr zu eurem Schulalltag hinzufügt, ist wieder eine Sache, über die du mehr nachdenken musst, ja. Aber manche, wenn der Lehrer anfängt an der Tafel was zu schreiben, die, der hat schon die halbe Tafel vorgeschrieben, und das habe ich halt immer wieder gemerkt, da überlegt sich die drei weiter von mir, noch 24 Mal, ob sie jetzt Blau, Grün, Gelb, Orca, Türkis, Magenta, was auch immer, für die Überschrift nimmt, da habe ich mit meinem Kuli, weil ich keine Wahl habe, einfach schon alles aufgeschrieben und melde mich vielleicht schon, weil ich Zeit hatte, mir über den Stoff und das, was der Lehrer mir gerade beibringt, Gedanken drüber zu machen, anstatt mir über die Farbe Gedanken zu machen. Kann man sich auch überlegen, was man halt machen möchte, so, aber in Bezug auf gute Noten ist es halt wesentlich sinnvoller. Und auch wenn du einfach weißt, du hast ein System, das funktioniert für dich, auf das kannst du dich verlassen, ist sehr, 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 sehr wertvoll. Und der dritte Punkt, den ich euch hier mitgeben möchte, setzt, bringt euch selbst von Anfang an in eine Situation, dass ihr erfolgreich werdet. Und das könnt ihr in verschiedenen Punkten machen, zum Beispiel, dass daheim euer Schreibtisch einfach darauf ausgerichtet ist, produktiv zu sein. Habt nicht einen riesen Chaos, wie ich zum Beispiel gerade, wobei für meine Verhältnisse geht es gerade, an eurem Schreibtisch, sondern versucht einfach möglichst lean, möglichst ordentlich zu haben. Ich meine, ich habe jetzt hier viele Sachen und Flipchart und was weiß ich alles, wo halt alles ein bisschen mehr durcheinander ist. Aber gerade in der Schule kann man das eigentlich relativ einfach einteilen, was man braucht. Ja, du hast vielleicht deine Bücher, du hast deine Hefte und das war es eigentlich auch schon. Vielleicht benutzt du einen Laptop, aber mehr brauchst du auch nicht auf deinem Schreibtisch. Halt es da simpel. Genau in der Schule, ja, wenn jetzt auch am Anfang die Sitzplätze wieder neu ausgeteilt werden, setz dich in die erste oder die zweite Reihe. Hey, wenn du da vorne bist, du musst aufpassen, du wirst dich mehr melden. Der Lehrer wird ein positiveres Bild von dir ab. Easy. Sprech zum Beispiel auch mit deinen Freunden, wenn du zum Beispiel trotzdessen neben deinen Freunden sitzt und du einfach gemerkt hast, im letzten Jahr haben die sich viel abgelenkt. Du hattest zwar viel Spaß auch mit ihnen, aber sie haben sich viel abgelenkt. Dann sag zum Beispiel auch mit denen von Anfang an so, hey, in diesem Schuljahr, weil da werden sie es viel eher verstehen als am Anfang im Schuljahr, ähm, mitten im Schuljahr. Sag mal am Anfang auch gleich, hey, pass auf, X und Y, ist immer saugeil, was wir so in den Stunden machen. Ich würde mich dieses Jahr echt gern, ähm, auf meine Noten konzentrieren. Wir können in der Pause Schmarrn machen, wir können uns, ähm, nach der Schule, vor der Schule treffen und so weiter. Ähm, nur innerhalb der Stunde würde ich mich voll gerne, ähm, einfach auf den Unterricht konzentrieren. Ähm, wenn sie echt, echte Freunde sind, werden sie es auch voll verstehen und auch respektieren. Ähm, ich habe mich zum Beispiel auch irgendwann, halt mitten im Schuljahr, da war es, kam es für manche nicht so cool rüber, ähm, aber ich habe mich irgendwann entschieden, ich setze mich einfach überall alleine in die erste Reihe. Das hat einen riesen Unterschied in Bezug auf meine Noten gemacht. Weil, am Anfang des Schuljahres, du bist ja tatsächlich in der Regel sowieso motiviert, und jetzt crashe ich das Schuljahr und wie auch immer. Und wenn du diese Anfangsmotivation nutzt, um dich in eine Position zu bringen, sei das durch einen ordentlichen Schreibtisch, sei das durch das System, was funktioniert, sei das durch die erste Reihe, hast du automatisch dafür gesorgt, dass du auch an jedem weiteren Schultag, der kommen wird, unabhängig davon, ob du jetzt ein gutes Gefühl hast oder nicht, ob du motiviert bist oder nicht, du ein System für dich geschaffen hast, was dafür sorgt, dass du erfolgreich bist. Weil du eine ordentliche Schreibtisch hast, wo du automatisch nichts anderes machen kannst, als zu lernen zum Beispiel. Weil du in der ersten Reihe sitzt, wo du nicht einfach schmarrn machen kannst, weil der Lehrer es sofort sehen wirst, wo du nicht am Handy sein könntest, weil der Lehrer es sofort sieht. Und ja, ich weiß, man kann auch in der ersten Reihe sein und die ganzen Stunden am Handy sein, und der Lehrer bekommt es nicht mit. Ich weiß. Aber es ist ein Ticken schwieriger. Und deswegen, nehmt euch diese drei Tipps zu Herzen, schreibt gerne auch in die Kommentare, wenn ihr weitere Tipps habt, wie man optimal in das Schuljahr rein startet, oder vor allem auch, was ihr euch für dieses Schuljahr vornimmt, was sind eure Vorsätze, warum immer Vorsätze an Silvester, wo ich übrigens Geburtstag habe, warum nicht mal am Anfang des Schuljahres, wenn man ein Schüler ist. Deswegen schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn du natürlich dich maximal vorbereiten möchtest für das neue Schuljahr, dann kommst du sehr gerne in unser Traumabitur-Coaching, hat schon sehr, sehr vielen Schülern geholfen, von 2,7 auf 1,6, von 2,4 auf 1,3, was weiß ich alles. Deswegen, kommt sehr gerne in unser Coaching. Wir werden natürlich auch selektieren, aber diejenigen, die es wirklich wollen und die geeignet sind, die sind herzlich willkommen. Deswegen, erster Link in der YouTube-Beschreibung. Ich freue mich darauf. Und ansonsten, denkt dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. Wir sehen uns im nächsten Video.